Wir feiern 10 Staffeln der Bachelor. Das Beste von der ersten Rose. Möchtest du dich so ein? Ringen? Bis heute. Lauter Channings. Die romantischsten Dates. Ja, geschlabbert wurde immer viel. Die krassesten Momente. Ich hätte auch gerne die Faust genommen. Und, was machen die Bachelor heute? Ehrlich? Meine Güte, seid ihr schockiert. Der Bachelor. Das große Jubiläum. Mittwoch, 20.15 Uhr.